Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Brauning Futter Serie. Heute möchte ich euch das Champions Feeder Black Roach vorstellen. Seid gespannt! Unser Champions Feeder Black Roach ist ein Feederfutter, das von Jens Koschnik mitentwickelt wurde. Das Futter hat eine schwarze Färbung, hat ganz feine rote Partikel drin. Im Allgemeinen ist das Futter sehr sehr fein und hat eine geringe Klebkraft. Das Futter kann trotz der Farbe, der dunklen Farbe, Sommer als auch Winter gefischt werden, spricht alle Weißfischer an, speziell aber halt wie der Name schon sagt, die Rotaugen und jetzt sehen wir uns das Futter mal im Detail an. Hier habe ich jetzt unser Black Roach 1 Kilo, 600 Milliliter die empfohlene Wassermenge, die ist hier im Messbecher. Bei diesem Futter ist es ganz wichtig, dass ihr nicht die gesamte Wassermenge auf einmal dazu gibt, sondern das in Etappen macht. Ihr gebt das trockene Futter in den Eimer, gebt dann 200 Milliliter Wasser hinzu, quirlt das, siebt das angefeuchtete Futter durch ein 2 Millimeter Sieb, gebt dann die restliche Wassermenge hinzu, quirlt es wieder und siebt es dann wieder durch ein 2 Millimeter Sieb. Und jetzt seht ihr schön, dass die Klümpchen jetzt weg sind und so können wir jetzt mit dem Futter ans Wasser. Jetzt füllen wir damit unseren Futterkorb und schauen uns an, wie das Futter unter Wasser arbeitet. Man sieht gleich, wie das Futter beginnt zu arbeiten, steigen Partikel auf und das Futter drückt sich nach und nach aus dem Korb. Und auch hier, wie gesagt, immer wieder sieht man die aufsteigenden Partikel, die die Fische auf den Futterplatz locken sollen.